Wir sind hier heute im Bushido Sportcenter und Mawa Atlantico sponsert mit dem Bushido Sportcenter die Party. Es ist eine Endspurt-Party, Endspurt im Wahlkampf und mein Team und ich haben eingeladen, alle Helfer, alle Unterstützer jetzt noch mal richtig Gas zu geben, weil wir haben morgen früh um 5 Uhr morgens noch eine Aktion und vor der Aktion wollten wir einfach noch mal Danke sagen. Mawa Atlantico unterstützt auch das Essen bei den Events und ist auch gerne bei Event Cologne immer dabei. Wir unterstützen heute unsere Kandidaten für die CDU und wir wünschen dir viel Erfolg. Untergrund dieses Events ist es, dass wir auch noch andere Menschen als die typischen Partyleute oder die Gäste, die wir sonst haben, auch auf uns aufmerksam machen möchten, weil wir eben auch die unterschiedlichen Veranstaltungen machen. Und dementsprechend wollen wir heute auch noch mal andere Leute animieren, zu sehen, was wir für Räumlichkeiten haben, was es für Optionen bei uns gibt. Mein Name ist Klaus Kadovcok, ich bin der Papa von Viktor und organisiere die erste Weltmeisterschaft für Geistbehinderte Judokas hier in Köln. Wir haben hier in Köln fantastische Partner, zum Beispiel Mare Atlantico, Sarantes, ein ganz toller Typ und guter Freund seit vielen, vielen Jahren. Er unterstützt ganz aktiv unser Kölner Team hier zur WM. Vielen Dank an das Ushino Sportcenter, wo wir hier sind und an das Mare Atlantico, die diesen Abend hier so perfekt für uns organisiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.